Weltmarktführer in der industriellen Antriebstechnik und Windindustrie. Partner der Wahl für eine nachhaltige Zukunft. Eines der nachhaltigsten Unternehmen weltweit. Flender steht seit 125 Jahren für innovative Technologien in der mechanischen und elektrischen Antriebstechnik. Höchste Qualität bei Produkten und Dienstleistungen für zahlreiche Branchen. Ohne Antriebstechnik made by Flender steht die Industrie still. Die Produkte sorgen zum Beispiel in der Kran- und Fördertechnik, bei Wasser und Abwasser oder in der Rohstoffverarbeitung für einen energieeffizienten Antrieb. Seit 1981 entwickelt Flender mit der Marke Winnergy leistungsstarke Getriebegeneratoren und Kupplungen für Windkraftanlagen. Mit über 350 Gigawatt gelieferten Produkten steckt in jedem dritten Windrad der Welt ein echtes Stück Flender-Qualität. An 33 Standorten weltweit arbeiten rund 9000 Mitarbeitende in einem hervorragenden Netzwerk aus Produktionsstätten, Vertriebs- und Servicestandorten. Flender ist Treiber der Energiewende und sorgt mit digitalen Innovationen für optimale Effizienz. Nachhaltigkeit als bestimmender Faktor der Unternehmenskultur. Ecovadis, der weltweit renommierteste Anbieter von Nachhaltigkeitsrankings, zählt Flender zu den besten 1% aller bewerteten Unternehmen weltweit. 2024 folgt der NRW Global Business Award. Passend zum 125-jährigen Firmenjubiläum freuen wir uns natürlich besonders über diese Auszeichnung. Wir sehen das als Würdigung unseres Engagements hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch für unsere global erfolgreiche Expansionsstrategie. Gemeinsam mit dem Land und dem Bund will Flender die Energiewende weiter vorantreiben. Als zuverlässiger Partner für eine nachhaltige Zukunft in Nordrhein-Westfalen und in der Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017